Römer! Bist du ein Gott? Nur Götter können wir uns im Tolle fordern. Marmini. Barbaras Tirpen hat Usess. Dann bin ich Experto opust. Werumautem Roma. Rex! Lassen wir uns von den Römern unterwerfen? Oder wehren wir uns? Lasst uns gemeinsam aufstehen. Nein, was wir hier brauchen ist Frieden. Ich werde es niemals zulassen, dass meine Leute versklavt werden. Willst du dich mit Romantik? Habt ihr eine Ahnung von der Macht dieses Imperiums? Ein Barbare verrät seine Leute nicht. Kämpfe mit uns. Wir zeigen unseren Leuten, dass Rom nicht unbesiegt war. Dafür müssen wir alle Stämme vereinigen. Das ist unmöglich. Mich haben sie in Rom gelehrt, meine Familie zu vergessen, meine Leute zu verachten, meine Art zu leben. Ich war einer von ihnen. Weil ich weiß, wie sie leben, werdet ihr wissen, wie man sie tötet. Lasst uns gemeinsam kämpfen! Der Wolf wird kommen. Und die Welt wird brennen. Nichts besteht für immer. Nichts besteht für immer. Nachricht! Da hat sich noch einen Witz zu ansetzen. Das ist die Welt, das war die Welt wird włahancig. Das ist die Welt und der Welt. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Und das war die Welt. Die Welt ist ein Witz zu sagen. Dann und die Welt. Wenn das ist sie. Die Welt. Vielen Dank.